Hallo, schön, dass ihr ranklickt. Mein Name ist Michael Danner vom Badischen Weihnachts Michael und ich wende mich heute zum, ja fast schon zum Jahresabschluss an euch. Erstmal, weil ich euch schöne Weihnachten wünschen möchte. Macht das Beste aus dem Fest, was möglich ist. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das abgelaufene Jahr, für eure Treue, für eure Unterstützung. Es war ein extrem schwieriges Jahr, ein extrem verrücktes Jahr. Man muss sich komplett neu orientieren, neu aufstellen, innovativ werden. Aber ihr habt uns da wirklich toll die Treue gehalten und uns da durchgebracht. Dann habe ich noch folgende Kleinigkeiten für euch. Erstmal, wir haben weiterhin extrem viele Weinen im Angebot, bis zum Jahresende. Viele Angebote wurden verlängert. Wir möchten aber darauf aufmerksam machen. Silvester steht vor der Tür. Im Sektbereich sind wir mit unseren badischen und württembergischen Sekten sehr gut aufgestellt. Da geht es los von knackig trocken Brüt und extra Brüt, bis zum belieblichen Bereich hoch. Also da ist für jeden Geschmack was dabei. Dann, was dieses Jahr ein extrem interessantes Thema war. Wie ihr wisst, die Weihnachtsmärkte sind ja eigentlich alle flachgefallen, ausgefallen. Das heißt, der Weihnachtsmarkt oder der Glühwein hat sich komplett in die eigenen vier Wände verzogen. Wir haben noch Glühwein. Nicht überall gibt es die noch, aber wir haben noch einige Wände, die sind noch lieferfähig. Sehr viele Glühweine sind schon ausgetrunken, ausverkauft. Wir haben noch weiß wie rot und natürlich versprochen, in handwerklich richtig toller Qualität. Also kommt gerne rum, holt noch was raus oder bestätigt ganz einfach. Und dann bleibt mir nur noch eins. Ja, wie gesagt, euch ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und schaut einfach, dass ihr immer ein gutes Glas Wein vor euch habt, dann lässt sich das alles besser ertragen und feiern. Euer Michael, der Weinexperte vom Badischen Weinhaus, Michael.